Je länger du unfallfrei fährst, desto günstiger wird deine Kfz-Versicherung. Das hat mit den Schadenfreiheitsklassen zu tun. Ein sperriges Wort, aber um genau das geht es jetzt. Hey, ich bin Carlo und ich erkläre dir, wie das mit den verschiedenen Klassen funktioniert und wie sie sich auf deine Kfz-Versicherung auswirken. Die meisten Kfz-Versicherer in Deutschland haben ein System von mindestens 35 Schadenfreiheitsklassen, kurz SF-Klassen, plus ein paar Sondereinstufungen. Schon wenn du erstmals eine eigene Kfz-Versicherung abschließt, wirst du in eine der Klassen eingruppiert. Die jeweilige Kennzahl gibt an, wie viele Jahre du bereits unfallfrei unterwegs bist. Also SF-1 für ein Jahr, SF-5 für fünf Jahre und so weiter. Das Prinzip gilt für die Kfz-Haftpflicht und Vollkaskoversicherung. In der Teilkasko gibt es keine Schadenfreiheitsklassen. Als Faustregel gilt, nach jedem schadenfreien Jahr wirst du eine Klasse höher eingestuft und mit einem Rabatt auf den kalkulierten Grundbetrag belohnt, den man umgangssprachlich auch Schadenfreiheitsrabatt nennt. Du zahlst also nur einen gewissen prozentualen Anteil von dem, was dein Versicherer als Grundbetrag erhebt. Verursachst du allerdings mit deinem Fahrzeug einen Schaden, wirst du im darauffolgenden Versicherungsjahr zurückgestuft und zahlst dementsprechend wieder mehr. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten von Schäden, für die es jeweils eigene Rückstufungstabellen gibt. Wenn du mit deinem Auto einen Unfall verursachst und dabei jemand anderem Schaden zufügst, also einer dritten Person, an deinem Auto aber alles in Ordnung ist, handelt es sich um einen reinen Haftpflichtschaden. In diesem Fall wirst du nur dort runtergestuft. Die SF-Klasse der Vollkasko, die für den Schaden an deinem Auto aufkommt, verändert sich nicht. Neben den 35 Klassen gibt es noch einige Sondereinstufungen, die Klassen 0, 1,5, S und M. Die betreffen dich vor allem, wenn du gerade erst anfängst, Auto zu fahren oder bislang noch kein eigenes Fahrzeug versichert hast. Dann zahlst du die höchsten Beiträge für die Kfz-Versicherung, weil du statistisch gesehen die höchste Unfallrate hast. Wenn du deinen Führerschein noch keine drei Jahre besitzt und jetzt erstmalig ein Fahrzeug versicherst, startest du in der Klasse SF 0. Besitzt du deinen Führerschein schon mindestens drei Jahre, dann beginnst du bei manchen Versicherern in der etwas günstigeren SF-Klasse 1,5. Schließlich gibt es noch die Sondereinstufungen S und M. In der S-Klasse wirst du in der Regel nach einem Schaden zurückgestuft, wenn du vorher in der SF 1 warst. Wenn du in der SF-Klasse 1,5 oder 0 bist und einen Schaden verursachst, dann rutschst du in die Schadenfreiheitsklasse M. Und das wird teuer, weil du nun mindestens den eineinhalbfachen Betrag zahlen musst. In der Vollkasko kann es sogar mehr als das Doppelte sein. Auch wenn du mehrere Unfälle in einem Jahr meldest, kannst du in der SF-Klasse M landen, selbst wenn du bis dahin in der SF 5 oder SF 10 eingestuft warst. Anders sieht es dagegen aus, wenn du bei Vertragsabschluss einen Rabattschutz vereinbart hast. Dann bleiben oftmals bis zu drei Schäden ohne Einfluss auf deinen Schadenfreiheitsrabatt. Wichtig zu wissen ist, dass nicht die Höhe der Schäden entscheidend ist, sondern die Anzahl. Deshalb lohnt es sich, manchmal kleinere Schäden selbst zu zahlen, weil eine Rückstufung unter Umständen teurer ist. Außerdem gibt es sogenannte Schadensrückkäufe. Das bedeutet, dass du bis zu sechs Monate Zeit hast, Schäden zurückzukaufen, die von deiner Versicherung gezahlt worden sind. Damit vermeidest du die Rückstufung und die Erhöhung deines Beitrags. Und dann gibt es noch den Fall der Rabattübernahme. Dabei geht es um die Übernahme der Schadenfreiheitsklasse einer anderen Person und der Rabatte bei den Versicherungsbeiträgen. Möglich ist das allerdings meist nur zwischen Eltern, Kindern, Ehepaaren oder Menschen, die in einer eheähnlichen oder häuslichen Gemeinschaft leben. Es geht auch nur dann, wenn du das Fahrzeug der Person, von der du die günstigen Beitragsprozente übernehmen willst, regelmäßig selbst gefahren bist. Ein klassisches Szenario wäre also, wenn du bei deinen Eltern wohnst und deren Auto regelmäßig nutzt und es nun übernehmen möchtest. Mehr zum Thema Kfz-Versicherung erfährst du übrigens bei uns auf der Webseite oder hier auf dem Kanal. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie uns doch einfach in die Kommentare. Und klar, wenn es sein muss, dann abonnier uns halt. Also, bis bald, dein Carlo. Kfz-Versicherung